Hier wird Johann Dich, der das 20. Programm vom Karikismus. Ich möchte hier einmal ein Stützchen mit Jön spazieren. Bestimmt hat jeder eine interessante Geschichte, wo Gott am Dich das Leben geführt hat. Vielleicht sind wir von der Augsäune, was noch niemals geschrieben haben. Vielleicht werfst du die dort nicht, während andere Menschen, die dort nicht leichter würden, dort ütfängen können. Ich kann das verstehen, und ich wünsche, die durch einen besonderen Maut, in die Leer, wieder zu gehen und den Haaren notzufolgen, wann auch das meiste von den Freundschaften gehegen ist, dass du Jesus Christus aus denen per seinlichen Radar bekanen lässt. Wann die auch meist keiner versteht, und du die Seier allein feilst, hast du durch einen noch einmal den besten Freund, wort die niemals verloren wird, und dort ist der Herr Jesus. Er sagt, ich sie mehr tun wird, aber um ein von der Zeit. Du hast aber noch ein Trost. Du hast die Meiligkeit im Gebet mit Gott alles zu bereden, durch die ich vergonen werde, und will von der Wara vom Gebet reden. Das letzte Mal fang ich ruts über die 26e Fröhre anzureden, wo das eben das Vaterunser heet. Ich rede über die erste zwei Sauts, und das Gebet, und von der auch, weil wir damit wiedergehen. Die dritte Saut sagt, Hier lehrt Jesus uns, dass wir das erste sollen daran denken, wort Gott will. Dass sie ein Ritt kommt, soll uns alle, die wir uns Christen an und sei auf dem Horten legen, dass wir dafür das erste beten. Wort will Gott dann? Worst es sie wollen? Denn darum geht es hier. Gott will, dass sie ein Ritt auf die ganze Ehr kommt, dass das die ganze Menschheit einnehmen wird. Ja, sie seht einmal, dass Ritt Gottes es mank jü, und wird an jü sein. Hei meint damit, dass Gott seine Regierung durch Jesus angefangen haut, wie es hei mank an wir. Gott regiert an Jesus Christus ganz und goa. Und nu, wie es Jesus mank die Jünger wehr, wie das Ritt Gottes mank angekommen. Aber das soll wiedergehen. Nur denen sie sich betiert hauten, dass die Jünger wirklich an Jesus leibende werden, wie die Heilige Jünger auch in Ehre horten. Und wann die Heilige Jünger in unsere Horten nenkriegt, dann ist das Ritt Gottes auch wie uns ergeteet. Da sind wir auch ein Poet von das Ritt Gottes. Das Ritt Gottes es in uns. Aber da ist noch ein zweiter Gedanke. Das Ritt Gottes wird noch einmal zichtbar auf diese Ehr kommen. Da wird noch einmal eine Tietz an, wann Gott auf diese Ehr so regieren wird durch Jesus Christus aus heute der Welt. Einst die Menschen nahen dort das Düsent Jörscherich. Dann wird es eine Tietz geben, wo die Sünde nicht mehr auf diese Ehr regieren wird. Da werden keine so eine Menschen sein, was jeden Gott sein, oder jeden am Wirkenden, das Sothen wird gebungen sein. Und dann wird es hier auf diese Ehr so sein, aus dem ersten Paradies im Garten Eiden. Dwarf shall wir beden, dass das Ritt baul auf diese Ehr kommen wird und dass Gott mit dieser Sünde auf diese Ehr aufräumen wird. Früher ist, best du all reid für das Ritt? Ist das Ritt all in dein Leben angekündigt? Das kommt in dem, dass du ein Kind Gottes wirst. Und dann, wenn du ein Kind Gottes wirst, dann kannst du doof verbeden, dass das Ritt Gottes auf eine ganze Ehr sich uitspreiden wird, dass Jesus kommen wird und dass er hier wird regieren. Wenn wir doof verbeden werden, dann werden wir mitwirken, dass das Ritt bekommen wird. Die vierde Satz ist das erste von drei Dingen, was wir für uns selbst werden sollen. Hast du gemerkt? Das Gebet fängt das erste mit Gott an. Wir denken das erste an an. Und bloß zu Gott der dann reden wir und denken an uns. Hier sagt es, Gebt uns das Brot was wir von dir gebrauchen. Das dreht aus, dass wir auf Gott vertrauen können, dass er uns das alleneidigste gebt, was wir gebrauchen. Und das ist das Eten. Das heißt, dass wir sogar von das alleneidigste von Gott aufhängig sind. Es bleibt, dass wir sehr viel können denken, wir sind anaufhängig. Wir kennen selbst Gott wiederkommen. Wir sind selbstständig. Ich habe sogar von Menschen gehört, die sagen, worum soll wir noch dem Tisch beten? Für dort Eten, was wir dort auf dem Tisch haben, haben wir gearbeitet. Worum soll wir dort beten? So eine Rede ist dort, ist die Rede von angeläubige Menschen. Wir vergeten viel zu schwimmen, dass das alleneidigste, das Eten, was wir jeden Tag so rücklich auf dem Tisch haben, ans Haus dich kon wach genommen wollen. Ich denke besonders an Russland. Russland wird ein paar Jahre eine Welt macht, dass wir ein Land, das eine ganze Welt respektiert wird. Viele Länder hatten Angst für Russland. Von der liegt Russland wirtschaftlich ganz ungen. Du hast sogar der Rede davon, dass Russland bankrott gingen wird. In Russland von der jäuft sehr viele Menschen, die haben nicht einmal genug zu eten. Viele haben Angst, dass sie nicht werden durch den schworen Winter kommen. Warum? Ich lebe das Licht daran, dass Russland für viele Jahre eine gottlose Regierung hat, die Kommunisten, die sehen, dass kein Gott. Und ich sei von der aus eine große Strophe, die Gott geschickt hat, um den Menschen in Russland zu wissen, sei Brücken Gott. Und das gibt sehr viele Christen in Russland, die leben an Gott. Aber im großen Ganzen haben die Menschen noch nicht erkannt, dass sie Brücken Gott, um sogar bloß eten zu haben. So wir sind immer dankbar für das eten und wir sollen verbeten, wann wir dort haben und ihm verdanken, wie Brücken an, und er kann das sein Haus nicht wegnehmen, wann er will. Der vierte Satz red von das nächste große Bedürfnis, das die Menschen haben, und dort wird wir mit unserer Sünden Schuld vergeben. Du jettet so, verjaff uns unsere Schuld, so es wie Dei verjaben, die sich an uns verschuldigt haben. Das wies sonst, dass Jesus dort vernotwendig sagt, dass wir als Menschen frei waren von der Schuld von unseren Sünden. Bloß Gott kann Sünden vergeben, und das kann er bloß durch Jesus Christus. In 2. Korinther 5, 21 sagt er, Gott, er hat den, der von keiner Sünde wüsst, für uns zu sind gemerkt, so dass wie ein Arm können die Reichtigkeit werden, die ver Gott gilt. Dort gibt so viele Menschen in unserer Welt von dir, die sich schlafen tun. Die können meist nicht wiederkommen, aber sie seien nicht an, dass sie sollen frei werden, in wo sie frei werden können. Jesus sagt, wir dürfen Gott darum werden, dass wir davon frei wollen. Dann muss ich einfach sagen, du kannst frei wollen. Gott hat ihn weich aufgemerkt, dass du frei wollen kannst. Dort ist deine Wahrer Geburt. Du musst nie geboren wollen. Und dann kannst du frei wollen. Aber wo hast du geboren worden? Die Bibel sagt, wann wir an Jesus leben. Wann wie das leben, dass Jesus für unsere Sünden gestorfen ist. Er ist für deine Sünden am Christ gestorfen. Hast du daran einmal gedacht? Jesus dacht an die, als er am Christ hangt. Und wenn er sie glaubt, für deine Sünden ver gehalten hat, dann glaubt es die Möglichkeit, dass du geraten worden, dass Gott die Sünden vergeben kann. Hast du die Vergebung überall angenommen, dacht es dir früher. Wenn du nicht angenommen hast, dann sei sie auch noch nicht verjäft. Aber du kannst nur Gott kommen und du kannst danken, dass er deine Sünden gedrückt hat, dass Jesus zuerst am Christ und du Vergebung haben kannst. Du kannst ihm danken. Und hier sage ich ich Sünden. Das darf noch eint. Jeder Kind Gottes soll auch jeder Tag nur Gott kommen und sagen für Jaff mich was ich von der gedrückt habe. Weil sogar wenn wir Christen sind, wir nicht mehr sind, wir nicht mehr sind, leben aus früher, aber irgende Gedanken sind, oder ein Wort wird sein, oder irgend Wort was wir in anderen e do haben, ohne dass wir noch gedacht haben, kann Sinn sein. Da wird ihn sagt so wie unsere Sünden betiehen, so es hat trü und gereicht, dass er uns die Sünden verhaft und reinigt uns von alle Antugend oder alle Eierrechtigkeit. Das kost du als Kind Gottes jeden dacht tun und das soll wir tun. Aber da ist noch ein zweites dabei. in dessen Satz wird aber was utgedrückt, was wir meistens gar nicht begriepen. Das sagt, verjaff uns unsere Schuld so, als wir die verjewen, die sich an uns verschuldigt haben. Wenn Gott mich so verjewen soll, als ich andere verjewen da, habe ich dann wirklich Verjewung. Das ist eine gute Frau, die sollen wir uns alle freuen. Das gibt so Menschen, die auf irgendwen. Und bestimmt ist das gut verstanden, worum einzige Menschen betta sind, in der hohe mit drehen auf einen anderen Menschen. Die hat an vielleicht sehr toll gesagt, die hat Anwohrheiten angered, oder die hat irgend was geduhen, was an sehr sehr gestaht hat. So die Menschen fing das verjewen, die Menschen zu verjewen, besonders wenn die jahne nicht bekanen da, dann ist es noch besonders schwer. Aber Jesus sagt uns, wir können bloß an Verjewung werden, wann wir wellig sind, andere zu verjewen. Wann wir irgend wollt, jähen andere haben, dann kann Gott uns auch nicht verjewen. Das ist ein schwore und ein hoher Wort, da soll wir nur denken. Gott will haben, dass wir alle Menschen auch sogar an sie fiend verjewen doonen, wann die auch gar nicht an Verzeihung werden. Dann wird Gott uns auch verjewen, wann wir durch Jesus Christus noch ankommen. Dann kommen wir nur den Sasten Salz. Da sagt es, bring uns nicht in eine Versetzung, aber bewor uns für den Bösen. Was meint er hier mit Versetzung? Er gleif er meint hier, dass wir nicht in so schwere Proben in kommen, wo wir vielleicht den Herrn Jesus würden ganz antrie worden. Das kann sehr leicht passieren, durch Krich, Hungerschnout, Verfallung oder ein Grautet Eilich, aber das sind vielleicht nicht einmal die schlimmste Dinge. Er gleif verhören es der Versetzung noch viel gerater, wann wir ab einmal wurden ein Grautet Familien oder wie viel Geld haben, dann ist die Versetzung noch gerater, dass wir Gott verloten, in wie Leben bekommen Gott selbst durch Leben, wie Brückengott nicht mehr. Hier sagt es, bring uns nicht eine Versetzung, wir sollen immer darüber bedürt sein, dass wir von Gott aufhängig blieben. Und dann ist hier aber noch ein zweites Tobie, was meinte du mit, bevor uns für den Beisen? Jeder einer, was sich Jesus Christus vor hofft, ich habe, geeft, habt, hat den grauter jener, und das ist der Beise viel von davon. Er dass du Gott getreten wird. Du wirst von ihm wach gingen, du wirst Gott gingen. Er hat das für die, er will die tun Bedehung, aber bewor uns für den Beisen. Woran beten wir dort? Kragt, wie es dort in den letzten Satz so steht, wie es dient es in die Kraft, in die Heiligkeit, in Eigentlichkeit. Die größte Grund dafür, dass wir so beten, dass wir nicht in eine Versicherung kommen, und dass die Beise Feind uns nicht in Egnung kriegt, ist, dass wir nicht Gott dadurch an ihr bringen. Wir beten all das, wie es dort Gott sehnt ist. Heihafte Kraft, heihafte Heiligkeit, und dort es für die ganze Ewigkeit. Und nun soll wir alles stauen, und uns so die ihr Gottes leben. Lebst du für Gott seine ihr? Hast dein Leben so ergestalt, dass du möchtest so leben, dass Gott immer daran freid hat. Ich hoffe, du hast dich angegeben, dass du dein Leben wirklich nur das Gebet erstellen ist. Weil wir immer so beten. Nicht bloß dass wir das Gebet nur sein oder ab sein, aber dass wann wir beten, denken wie das Erste an Gott in seine Ere, und dann denken wir an das was he in diese Welt will, und dass wir dort verbeten, und dann letztlich, dass wir an dort denken, was wir noch brauchen. Wir gehen dann nu fort bei die 27. Fröhre. Die geht so. Er hört die Hör alle Tid ans berden. Die Antwort ist, dort ist die Freilichkeit, die Wot nur seinen Wellen ist, so erhört er uns. Doch die Tiden vertragt die Erheerung damit er an seinen Glauben briefed. In diese Antwort sind zwei wichtige Wahrheiten. Die erste ist, Gott wird uns immer erheeren, wann wir an seinen Wellen beten. Die zweite Wahrheit ist, Gott der die Gebete einst mal nicht fort erheeren, will sie an seinen Glauben priefen will. Das meint erstens, dass wir dort wollen, was Gott will. Wir haben unsere Wellen abgegeben und wollten bloß dort, was Gott will. Ich weiß von Menschen, beden ernstlich, dass sie gesund waren. Andere beden für ihre Kinder, die von Gott aufgekommen sind, dass die sich begehren. Einzimal haben sie dort in diesem Leben nicht mehr sein, dass ihre Gebäde erhiert worden. Wot es Gott sind Wellen? Dort ist eine Gäude und eine schwere Frau. Die Bibel sagt wir sollen nur sie Wellen beten, aber wenn wir Gott sind Wellen nicht weiten, dann nur sie Wellen beten. Er gleich wir sollten uns dort und holen, wo die Bibel uns ütraglich sagt sie wollen es. Das eine ist, dass Gott sind Wellen, dass wir uns ein anderes Leben bewiesen. Da wir niemals beten, was jen andere Menschen ist, was andere Menschen tosate wird, dass es nicht Gott sind Wellen. Wir wissen noch, dass die Bibel sagt, dass es Gott sind Wellen, dass wir geheiligt wollen. Da wenn es niemals reicht, wenn wir versaut beten wollen, was uns Leben Schoden bringen würde, oder uns Leben würde enige vorbringen, dass wir jen Gott sind würden. Gott sind Wellen ist, dass alle Menschen zu der Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Dann weiden wir, dass immer Gott sind Wellen ist, dass wir Menschen beten, dass sie zum Wahren glauben an Jezus Christus kommen. Wir können für unsere Kinder beten, dass sie betieren in dem Glauben kommen, wenn sie erst alt genug sind, zu verstehen. Wir können doch verbeten, dass unsere Älteren, unsere Geschwister, unsere Freund, dass Menschen in der ganzen Welt, und sogar unsere Leiders in der Regierung, zum Wahren glauben an Jezus kommen würden, dass sie wahrer geboren wurden, in ein Leben führen, was Gott gefällig ist. Das gibt nicht, dass Menschen beten, dass sie gesund wurden. Und das passiert nicht. Das ist sehr schwer, wenn das nicht passiert. Einige Menschen seien, dass es ärmer Gott sind wollen, dass wir gesund wurden, dass wir nicht krank sind. Aber die Bibel sagt das noch nicht. Eine Bibel fängt an, dass einzige Menschen geheilt worden, andere nicht. Worum nicht? Dafür habe ich keine Antwort. Wir weten, dass Jezus sehr viele Menschen heilen hat. Aber dann weit auch, dass ein Apostel Paulus sagt, er kam an diesen Stachel im Fleisch wech nehmen wird. Wie weit nicht, was das wäre. Einst ich lebe nicht, wären seine schlechte Ören, dass er besser sein kann. Aber Paulus sagt, Gott sagt, sagt, du an, meine genut regt für die Teile. Löt die für die genüch sein. Und so wird Paulus nicht geheilt. Und vielleicht bist du von dir in diese Leo, du bist krank und hast dafür gebet, Gott darf mich heilen. Wie weiten dort nicht, ob Gott die heile wird. Aber ein ist klar, wann du jästlich geheilt bist, dass dein Leben erst mit Jesus Christus ganz in Ordnung, dann kannst du sicher sein, dass du eines der ist, geheilt sein. Vielleicht nicht in dein Leben, vielleicht wird diese Krankheit dort verhören, dass du sterben möchtst, aber wenn du reit bist, an zu beginnen, dann wirst du auf immer geheilt sein, und das wird doch viel beter sein, als du wie du bist. Load zinige nood verdiefen der geniog sein. Amen.